Musik Hi ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist Rezensionzeit und zwar möchte ich euch heute folgendes Buch vorstellen, nämlich auf den ersten Blick. Jede große Liebe hat ihre Geschichte, herausgegeben von Stephanie Perkins und erschienen im Arena Verlag, kostet neu, ich spinkse mal, 16,99 Euro, hat rund 400 Seiten, wenn ich mich recht entsinne, ja, 422, 23 Seiten hat das Ganze und ich finde, es ist wahnsinnig toll aufgemacht, es hat hier halt dieses Gold drauf, dann dieses quietsche Pink auf diesem Babyblau und einen quietsche Pinken Buchschnitt, eine richtig schöne Hardcover-Ausgabe, wie ich finde, auch das Lesebändchen fühlt sich sehr hochwertig an, es ist so aus, ja, so Saturn-mäßig, so ein Saturn-Band. Ähm, diese Aufmachung hat mich natürlich wahnsinnig angezogen, ich musste es unbedingt lesen, besonders weil es auch halt Geschichten sind, die rund um Weihnachten und Neujahr spielen, also für alle, die jetzt noch Bock haben, zwischen Weihnachten und Neujahr ein Buch zu lesen, kann ich dieses Buch hier nur wärmstens empfehlen. Das ist eine Geschichtensammlung von unterschiedlichsten Autoren, darunter auch David Levison, ähm, Laini Taylor, Kirsten Wright, Rainbow Rouse, Stephanie Perkins selber, Gail Forman, ähm, Jenny Han und äh, etweilige andere, Holly Black zum Beispiel auch noch, also ganz, ganz viele, ich glaube, insgesamt sind es zwölf Geschichten von zwölf verschiedenen Autoren, ich gucke aber noch mal nach, nicht, dass ich Quatsch erzähle, ja, genau, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, tatsächlich, und, ähm, ich war sehr neugierig darauf, von bestimmten Autoren, Autorinnen, die Geschichten zu lesen, weil ich von denen bis dato noch nichts gelesen habe, unter anderem Stephanie Perkins oder Kirsten Wright, aber von ihnen hier Bücher zu stehen habe, und so konnte ich mir schon meinen ersten Vorgeschmack holen, was mich erwarten wird, wenn ich deren Bücher zur Hand nehme, auf jeden Fall vom Schreibstil her. Ja, das hat mir gut gefallen, an geraumer Stelle, nicht an aller, ähm, ich will jetzt nicht zu jeder Geschichte oder auf jede Geschichte eingehen, ich habe gesehen, ganz viele haben den einzelnen Geschichten Sterne gegeben, das habe ich tatsächlich nicht gemacht, ich habe es ganz neutral gehalten, ich habe diesem Buch hier drei Sterne gegeben, aber auch nur, weil mir manche Geschichten besser und anderen nicht so gut gefallen hat. Die, die mir besser gefallen haben, die möchte ich jetzt hier an dieser Stelle einmal hervorheben, ich muss aber nochmal nach den Titeln gucken, weil bei zwölf Geschichten verliert man irgendwie den Überblick. Und zwar haben mir ganz gut gefallen, von Rainbow Rowell, gleich die erste Geschichte, die heißt Mitternächte, ähm, die hat mir echt gut gefallen, die hatte von mir jetzt so ungefähr vier Sterne gekriegt, da geht es halt tatsächlich um Silvester, also ihr könnt dieses Buch auch optimal zwischen Weihnachten und Neujahr lesen, also das kann noch auf euren Wunschvettel wandern, wenn ihr möchtet, ähm, und spielt zu mehreren Jahren in Silvester und man sieht so eine Entwicklung, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, es geht um zwei Protagonisten, die eigentlich schon seit ewigen Zeiten befreundet sind, aber irgendwie, ja, scheint da ein Fünkchen mehr zu sein, aber der entfacht nicht. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil sonst spoiler ich, ich glaube, es hat auch nur, boop, nicht mal 30 Seiten, von daher wäre alles gespoilert, was ich jetzt noch mehr dazu sage. Danach die Geschichte, die möchte ich erwähnen, leider nicht als die beste Geschichte, sondern die hat mir echt tatsächlich gar nicht gefallen, nämlich von Kelly Link, die Dame und der Fuchs. Ich habe diese Geschichte nicht verstehen können. Ich wusste nicht, was die Autorin mir mit der Geschichte sagen möchte, sie konnte mich nicht von sich überzeugen und, ähm, ich habe tatsächlich nur gedacht, ähm, nee, von der Autorin willst du nichts lesen. Und, ja, das war so mein Fazit dieser Geschichte. Ich kann euch nicht mal mehr zusammenfassen, um was es da geht, weil es so, äh, war. Auch gut gefallen hat mir die Geschichte von Stephanie Perkins, Es ist ein Weihnachtswunder, Charlie Brown. Das mochte ich sehr, sehr gerne, hat mir gut gefallen. Ich, äh, glaube, dass mir ihre Bücher, also Anna and the French Kiss und wie die anderen beiden auch immer heißen, sehr gut gefallen werden. Ich habe alle drei Bücher hier. Ich muss sie unbedingt ganz arg bald lesen und freue mich da schon riesig drauf. Und, ja, das war eine ziemlich gute Geschichte. Auch gut gefallen hat mir unter anderem von David Leatherthon, Aushilfscenter, und von Gail Forman, Was hast du verdammt nochmal getan? Sophie Roth, Roth, bläh? Und von Kirsten White tatsächlich auch, Willkommen in Christmas, California, Kalifornien. Die hat mir auch gut gefallen, welche mir wiederum nicht so gut gefallen hat, war tatsächlich von Laini Taylor, also die Autorin von Daughter of Smoke and Bone. Die war mir zu, äh, ich habe sie nicht nachvollziehen können. Also Tatsache, ich war äußerst verwirrt. Sie hatte ja einen sehr ausladenden Schreibstil, das war ja auch bei Daughter of Smoke and Bone und bei den beiden Folgebänden so, konnte mich ja nicht so ganz hundertprozentig in diesen Büchern schon von sich überzeugen. Und in der Kurzgeschichte, finde ich, hat sie total abgekackt. Das war nicht ihr Metier. Ich habe aber auch an vielerlei Stellen festgestellt, dass Kurzgeschichten nicht zu hundertprozentig was für mich sind. Dafür können die Autoren nichts. Das hat was mit mir zu tun. Ich glaube, ich bin kein Mensch, der sich auf so kurze Sachen gut einlassen kann. Von daher war das jetzt eine Erfahrung. Es war mein, ich glaube, einer meiner ersten Kurzgeschichten-Bände. Ich weiß nicht, ob ich noch häufiger zu sowas greifen wollen würde, weil man erhält zwar einen guten Einblick über den Schreibstil der Autoren, kann schnell abstecken, ob einem das gefällt, was die da fabrizieren. Das ist halt super, aber schlussendlich, glaube ich, bin ich einfach nicht so zu hundertprozentig der Typ dafür. Aber das sei ja mal dahingestellt. Ansonsten eine tolle Geschichtensammlung. Hier gibt es vieles zu entdecken. Ich glaube, hier gibt es vieles, was euch alle irgendwie anspricht. Hier gibt es immer Autoren drin, die man einfach kennt, die einfach viel Erfolg haben. Und dann gibt es wieder Autoren, die haben nicht so viel Erfolg. Die waren aber auch toll. Mir hat auch, ich weiß gar nicht, welche Geschichte... Welche Geschichte war es denn? Ich glaube, Engel im Schnee hat mir auch gut gefallen. Glaubt, die war das. Die fand ich auch ziemlich cool. Es sind hier aber auch Geschichten dabei, die haben so ein paar Fantasy-Elemente. Also auf jeden Fall habe ich das so wahrgenommen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Es gibt so Contemporary-Geschichten. Es gibt aber auch Urban Fantasy hier drin. Also es ist eine Mischung, eine bunte Mischung. Und die Autoren geben das, was sie am besten können, glaube ich. Und das fand ich super. Von daher hat das Buch eigentlich keine drei Sterne verdient. Es war nur so eine Bewertung, weil ich nicht jede Geschichte einzeln bewerten konnte. Und von daher war das nur so eine... Ja, ist halt so Bewertung. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt für alle, die noch dran sind, gibt es noch eine Kleinigkeit. Und zwar könnt ihr nämlich dieses Buch hier gewinnen. Ich habe es doppelt und würde es gerne an einen von euch verlosen. Und zwar müsst ihr dafür einfach nur Folgendes tun. Schreibt mir mal, welcher der zwölf Autoren euer Lieblingsautor ist und welches Buch ihr von ihm am meisten empfehlen könnt. Und dann würde ich sagen, lose ich das Ganze in den nächsten 48 Stunden aus, weil ich mir damit gar nicht so viel Zeit lassen möchte. Denn ich wollte es gerne vor Weihnachten noch rausschicken. Und somit spätestens am Mittwochabend werde ich das Ganze auslosen. Also müsst ihr euch ein bisschen beeilen. Ansonsten ist das Ganze um 20 Uhr hier closed. Dann ist es vorbei. Dann kann nicht mehr kommentiert werden. Beziehungsweise wer da noch kommentiert, kann leider nicht mehr an der Verlosung mitnehmen. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr Abonnent meines Kanals seid und diesem Video einen Daumen hoch gebt. Und ansonsten würde ich sagen, war es das an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, euch hat die Rezension ein bisschen was gebracht. Ich finde, bei so einer Geschichtensammlung ist es schwer, das richtig zu rezensieren. Ich kann nur meine Gefühle den einzelnen Geschichten über, glaube ich, gut nennen. Das ist das Einzige, weil alles, was ich rezensieren würde, würde spoilern. Das habe ich gerade bei Mitternacht gemerkt, dass das echt schwierig ist, eine Kurzgeschichte zusammenzufassen, weil dann hat man eigentlich schon die Geschichte zusammengefasst. Naja, ihr seht gleich in der Endcard ein Foto von mir. Da könnt ihr auf den Abo-Ball, also könnt ihr draufdrücken, dann abonniert ihr mich. Dann kommt noch ein weiteres Video, was ihr euch vielleicht auch gerne anschauen wollt, wenn ihr Bock auf mehr habt. Ansonsten gerne den Daumen hochdrücken. Und ich wünsche allen viel Erfolg bei dem Gewinnspiel und hoffe, dass ihr die Möglichkeit haben werdet, dieses hübsche Schätzchen hier zu gewinnen. So, das war es von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!